3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play von Infect Gaming Hier mit mir, dem RayJaw Ja und wie ihr schon sehen könnt, spielen wir heute ein neues Spiel, was erst am 20.09. rausgekommen ist Und zwar handelt es sich hier um Torchlight 2 Ich habe lange darauf gewartet, es wurde immer wieder verschoben Und jetzt endlich kann ich es spielen und es euch zeigen So, dann fangen wir gleich mal an New Game So, okay, wir können hier schon mal verschiedene Klassen auswählen Und ich habe mir schon so ein bisschen was angeguckt zu Torchlight 2 Also das hier Das ist der Berserker, der sozusagen Nahkämpfer, der schnelle Nahkämpfer Äh, und Und ja Das ist der Magier, wie der Name schon sagt, Ember Mage Er macht halt Magieangriffe Das ist ein Outlander, das ist ein Fernkämpfer mit Pistolen, Bogen und alles sowas Das ist der Engineer Der hat so einen großen Knüppel Und der kann noch so Rauter machen Sag ich mal So, so eine Drohne Also alles mögliche halt Ja und ich glaube, den nehme ich auch So Gibt es da so verschiedene Gesichter Ich glaube, ich nehme den hier Ja, so einen schönen alten Mann Sieht doch cool aus Rayjaw So ein alter Knacker, der immer noch voll abgeht Ah Ah, ein Tier können wir uns auch noch auswählen Panther Uh, Panther Was ist denn das hier? Chakar Chakarwari Was ist denn das? Sieht voll cool aus irgendwie Tiger Ach, hier noch ein Name Pixel Ah Jetzt weiß ich mich in einer MagPixel Wer MagPixel nicht kennt, sollte es mal googeln oder YouTube suchen Es ist auf jeden Fall lustig So Äh, normal Ah, ich könnte Naja, ne Wenn ich zusammen mit jemandem spiele Dann nur den Wenn ich den kenne Deswegen mache ich Singleplayer Es könnte sein, dass mitten im Let's Play auch mal Einer dazu stößt Das weiß ich jetzt aber noch nicht so genau Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal im Singleplayer los So, ich glaube jetzt kommt ein Intro und da bin ich mal ruhig Ich glaube jetzt nicht so, ich glaube jetzt nicht so, ich glaube jetzt Deep beneath Torchlight A darkness Gathered Three heroes Confronted the beast Called Ordrak Yet, even in death Ordrak's corrupted heart endured And called out So, ich weiß nicht so, ich weiß nicht so, ich glaube jetzt Got em Genau Kind Sie 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 ожд vous Ja. Ja. Heroes may fall, hope may fade, but new heroes will rise. Torchlight 2 Ja, also ich fand den, also das Intro gar nicht mal so schlecht. So, dann fangen wir mal an. Okay, mal linksklick da drauf drücken, bewegen wir uns. Rechtsklick ist unser, ah hier unser Eingriff, okay. Und warum ist das Bild gerade hingeblieben? Dankeschön. Hier, okay, Mana verbrocht. Unser Tierchen da? Ist ja schon irgendwas in der Nähe. Oh, ein Pferdl. So, sie ignores your perps, if you offered it some food. Kann ich mit ihm quatschen? Oh ja, kann ich. Oh ja, ich will nicht mit ihm reden. Ach so, und das Spiel ist leider nur auf Englisch, kann ich aber leider nicht ändern. Würde ich gerne ändern, aber, hm, kann ich leider nicht. Ach, ist doch der aus dem Intro. Warn them that the Alchemist destroyed Torchlight, and has headed their way. He may be there already. Mhm. Nehmen wir mal die Quest an. So, wir müssen so ein, ups, anscheinend so ein Stadt alarmieren, oder so ein Volk. Warn them that you made it. Warn them that you made it. Warn them that you made it. Da sind schon die ersten Gegner, boah. Okay, ich frag mich, warum es hier so laggy ist. Das gefällt mir gar nicht. Gerade eine Framerate von... Ah, ist wieder an 31. Aber warum ist denn die Framerate zu niedrig? ... ... Oh, Mann. Das kotzt mich an gerade. Und wie mich das gerade ankotzt. Das kotzt mich halt richtig dererba an. Oh, das Gold. Und, ah, ich habe eine schöne Truhe gefunden. Mit Gold. Wir haben gerade so ein bisschen was gekriegt. Okay. Bam. Und zapp. Und zapp. Pow. Und zapp. Pow. Und zapp. Two. Und... Oh, schon tot. Oh, das geht jetzt ziemlich weit hoch dann. Ich mag den Angriff. Und warum laggst du so? Das kotzt mich gerade an. Level up. So dead rankisher guard. Mana, mana, okay. Ah, ja. Ich bin noch abgeriffelt. Ich glaube mal... Ah, es geht's. Ah, ist okay. So, wir können... Ah, hier sieht man schon die ganzen Sachen, die der denn machen kann anscheinend. Und... Blast Cannon. Spider Mines. Healing Point. Ja, das sieht gar nicht mehr so... Pussy late. Sledge Bot. Ah, ich glaube das gefällt mir. Okay. Ah, das sind anscheinend so eine Verteidigungsdinger. Fire Bash. Immobilize... Immobilization Copter. Okay. Ah, ich glaube wir... Nehmen gleich mal den Healing Bot hier. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. So, wie kann man jetzt hier... Ah. Ne. Was ist jetzt hier? Ah. Kann ich hier hier auch hinmachen? Ach, egal. So, wir haben bestimmt noch... Ah, das noch was. Ah, hier noch fünf... Ah, fünf Punkte noch extra. Gehen wir mal... Ich glaube mal der geht auf Stärke. Ich mache da zwei Punkte. Vitality da zwei Punkte und... Dexterity auch nochmal einen Punkt. Ist bestimmt richtig. Pagoda... Ist eine Pagoda. Auf jeden Fall war da Gold, Sword... Mal gucken, was haben wir hier so schickes... Sword! Oh, gleich mal hier was gefunden. Schwert. Ist auf jeden Fall stärker als das andere. Ne, doch nicht. Ich lasse gehen. Ne, warte mal. Äh... Doch, ich lasse gehen. Ich lasse gehen. Friss Scheiße. So, ist hier noch irgendwas Interessantes. Da hinten geht's noch lang. Und... Wams. 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 Und... Und... Ich hab... Pow! Und... Pam! Und... Okay, da geht's hinten lang. Wams. 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 Wow. овать. Light Hood. Äh, hab ich mal einen Helm gefunden? Sind so gerichte Beschwerter? Ja... Uuh. Wamm. Mit... Mit... ...meinen Cape sieht ein bisschen aus wie so einen Assassine denn. Naja, erstmal jetzt Gucken wir, was hier noch so schick ist Ah, irgendwie wusste ich, dass da was rauskommt Wow Es ist ja echt interessant, dass ich hier war Ah, ich glaube, ich hole jetzt mal Oh, hier ist noch so ein Bam Bam, bam, bam Roads Swords Stein Light Gloves Gloves sind, glaube ich, Handschuhe Ah, und erstmal Hauen wir hier die ganzen kleinen Viecher weg Dann nur mit einem Schlag weg Ist ein bisschen langweilig, aber kann ich andern Ist da oben noch was? Nein Erstmal gucke ich hier, was ich hier noch so gerade gefunden habe Erstmal hier Handschuhe Habe ich nicht irgendwie was gefunden? So Ah, da Broadsword Greatsword Wo kann ich das nachgucken, wie viel Schaden ich gerade mache? Ist es anders, wenn ich das Schwert hier mache? Oh ja Das ist wesentlich höher Dann, dass ich war das Schwert hier drinnen Weiter geht's Und nochmal Steine What? Wie kann ein Stein so viel Sein? Bam 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 Hohohoho Er muss überleben So Irgendwo jetzt So, mal gucken You saved my life I tuft So, was kann ich jetzt hier jetzt nehmen? Ein Hammer Also, einmal ein Superior Und einmal Savage Was macht der? Conwall Conwaste Was heißt Ich weiß gar nicht, was das heißt Ich weiß nur Hm Ich war einfach mal In einem Enemo Ah ne, ich nehme den hier Der sieht mir cool aus So, ich glaube, den kann ich auch ausrüsten Oh ja Ah, mir fällt gerade was ein Nein, falsch Nein, nein Ah Ah, hier kann ich das Cool Jetzt habe ich ja so eine kleine Drohne Ich wollte eigentlich I drücken Ah, hier ist auch ein zweites Das mache ich hier mal Die Dinger rein Wie kann ich das jetzt ändern? Ups, das wollte ich nicht Ich gehe das hier rein machen Das greift mich da gerade an Ah, das hält mich Cool Und nochmal Steine Vielleicht ist da wieder so viel Gold drin Ne, diesmal nicht Tschüss Komischer Typ In einer Probe Leider nochmal ein Toter Wo es gegenüber ihr habt supports Und dann bin ich